Freunde, was geht ab? Hi. Oh, Alter, Junge, das tut so gut. Junge, Eiswürfel, beste Leben. Tja, wir haben gestern so einen Typen geguckt, der hatte so... Also, wir waren gestern zu 10 im Teamspeak oder so. Und dann wurden so random Streams reingepostet, die nur so 5, 6 Viewer haben oder so. Und dann haben wir uns so Stuff reingezogen. Und da hieß halt so ein Typ... Ja, ich will jetzt den Namen nicht sagen, aber der hieß halt so... Herbert12345 und dann am Ende 6ix9 einfach. Also, so hieß der irgendwie so... Also, es ist ein bisschen verfremdet jetzt, aber ungefähr so, okay? Und er hatte einen iPad, einen PC... Aber, Freunde, der Typ ist einfach Next Level gewesen, ja? Anstatt jetzt einfach... Anstatt jetzt einfach hinzugehen und einfach über OBS zu streamen, ja? Ist er hingegangen und hat über sein Handy gestreamt. Sein Handy war irgendwo hier so. Und man hat dann quasi so sein Bildschirm sehen können und ihn. Und er hat dann Tetris gespielt und FIFA Packs aufgemacht. Junge, das war der beste Stream, den ich je gesehen habe, Freunde. Das war... Das war insane. Und dann haben wir so einen Typen geguckt. Warte mal. Rene oder so hat, glaube ich, davon auch ein YouTube... Äh, ein Twitter-Video gepostet. Warte mal, ich... Ich gebe ein ganzes auf Twitter. Wir haben so einen anderen Dude noch gefunden. Hier. Der hat einfach so, ähm... Der hat einfach so Geige gespielt. Zu allen Songs, die gelingt wurden. Und dann hat, ich glaube, Rene selber sogar, so einen Ass-Clap-Song gelingt. Und dann hat er das quasi auch gespielt. Ja? 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 Ja, okay? Okay. Eben, Mann, Alter. Absoluter Ehrenmann, der hat einfach so zwei Stunden hat er einfach nur mit Geil irgendwas gespielt. War ziemlich cool, Alter. Der Typ ist ziemlich cool gewesen. Freunde, wir machen keinen Korpsstream für die nächsten ein, zwei Monate, denke ich. Ich will euch jetzt ungern sagen, warum, weil ich will nicht schon wieder rumheulen. Aber im Grunde, weil es einfach anstrengender ist als ein normaler Stream. Okay, er hat sich jetzt vielleicht low an, aber als ob. Ja, Homie, für die nächsten ein, zwei Monate nur oder so. Bis meine Gesunde wieder voll da ist, Mates. Weil die letzten zwei, drei Korpsstreams war es immer so, Alter, ich habe so ein, zwei Stunden gekocht. Aber, Bruder, danach bin ich einfach in so ein Loch gefallen, Alter, wo die Konzentration einfach weg war, Alter. Und das ist so, ich fühle mich dann nach diesen Streams immer wie so ein Piece of fucking Bullshit, Alter. Und ich meine, das ist okay, so fühle ich mich halt auch nach zehn Stunden Streams oder so oder nach acht Stunden Streams. Aber da ist es halt okay, weil da denke ich mir so, okay, du hast acht oder zehn Stunden gestreamt. Aber bei Korpsstreams kickt es halt schon so nach zweieinhalb Stunden rein. Ich weiß nicht, wieso, Alter, aber Korpsstreams sind einfach irgendwie anstrengender als normale Streams. Und meine Gesunde ist immer noch ein bisschen weak as fuck. Dementsprechend, ähm, ja, machen wir das so. Nein, boys, nein, boys. Aber danach geht es weiter, keine Sorge. Ach, Freunde, ey. Ich hätte gestern nach meinem Stream direkt schlafen gehen sollen. Stattdessen habe ich bis 1.30 Uhr noch Jermis X Topmodel geguckt. Bro, holy shit. Thomas Gottschalk war gestern da, Jungs. Diese Woche steht unter dem Motto, we love to entertain you. Kann ich mal hier weggehen, bitte? Okay, pass auf, pass auf, pass auf. Bruder, können wir ganz kurz festhalten? Also, ich meine, ich war nie jemand, der jetzt krass wetten, dass oder so geguckt hat. Ich weiß nicht, ob das da auch schon so war. Aber, Junge, ich war so schuggestern. Was für ein abgeswagter Motherfucker ist Thomas Gottschalk denn? Guckt euch mal sein Outfit an. Der Typ sieht ja mal anders bosshaft aus, Alter. Hast du auf Tom Cruise gewartet? Junge, er sieht ja überbosshaft aus. Holy shit. Tom, das ist natürlich extra für mich. Ich wusste nicht, dass er so ein übelster Styler ist. Hier bin ich. Bruder. Hier bin ich. Ich dachte so, hä, was geht denn da ab, Alter? Übelst der Boss. Die Uhr ist richtig heftig. Ich habe keine Ahnung, was das für eine Uhr ist, aber der Junge ist ja richtig krank unterwegs. Richtiger Boss. Ich sass ganz einfach nur so eine Stunde da und hab's einfach gar nicht gerafft, wie abgeswaggt dieser Typ aussah. Wirklich, ich hab's einfach nicht gecheckt. Ich dachte, das ist halt so ein... Weiß ich nicht, ich dachte, der kommt jetzt so wie der letzte Larry da an. Auf einmal steigt er da aus mit seinen bosshaften Klamotten, Alter. Das ist eine Richard Mill für 450k. Als ob. Niemals. Als ob er so krass auf Flex unterwegs ist. Holy shit. Das könnte eine Richard Mill sein, ne? So eine hier. Aber halt in Gold oder so. Ich hab keine Ahnung, kennt sich da jemand aus? Es war so ein bisschen so eine, aber in Gold, ne? Es ist so ähnlich. Warte mal, wenn wir vielleicht Gold dazu noch eingeben. Ja, so ein bisschen so ähnlich sah die schon aus, die er hatte, ne? Stimmt schon, so von der Form und so. Krank, Digga. Das ist heftige Uhr, die er hat da. Also, warte mal, wir können ja noch mal kurz gucken. Man sieht die leider halt nur so ganz von Weitem. Die Uhr sieht so anders bosshaft aus, Alter. Wirklich, ich bin nur in diesem Uhren-Game drin. Ich trage auch eigentlich nie eine Uhr. Aber, Junge, diese Uhr sieht so bosshaft aus, oder? Holy fuck. Mit diesem Ring und mit der Brille, Junge. Der Typ sieht auch mal anders krank aus. Junge, Junge, Junge. Alter Schwede, Bruder. Absoluter Baller, Alter. Absoluter fucking Baller. Danke für die 5 Euro, Buddy. Vielen, vielen Dank, Mann. Du willst doch keine Songs mehr? Ey, das ist doch ein Joke. Danke für die 2 Euro. Okay, perfekt. Gerdalf? Damn, son, would you mind lose? Hö, was ist so ein Fick, Alter? Absoluten Loss, Alter. Junge, Alter, holy shit, chill. Was ist denn mit ihm verkehrt, Bruder? Es ist ein scheiß Tier, du Otto. Junge, Alter, hoffentlich tritt dem Jungen mal jemand ins Gesicht. Ich denke, ich hoffe, seine Ärmel werden nass beim Abwaschen. Ich denke, ich weiß es, wie ich es mache mit dem Rap Battle, Freunde. Ich denke mal, ich werde es so machen, dass ich, sagen wir mal, wir kriegen 100 Rap Tracks eingesendet als Beispiel. Dann checke ich über 3, 4 Wochen oder so, checke ich die Rap Tracks einfach dann ab. Dann machen wir dann immer so sonntags, checke ich dann einfach, keine Ahnung, nehme ich mir vorher halt, weiß ich nicht. Sagen wir mal, es sind 100, dann mache ich es über 4 Wochen. Jedes Wochenende immer 25 Tracks, die ich mir dann anhöre. Ich denke, das ist ziemlich cool. Also, demnächst geht das Rap Battle wieder los, denke ich. Ah, scheiße, Phil nur hat noch eine zweite Donation hinterher gedöhnt hat mit seinem Link. Hustensaftflüchtling und Medikamenten-Mover. Hustensaftflüchtling, Alter. Oh, mein fucking Gott, Alter. Mein iPhone ist 3 Wochen alt, die Steuern gehen nicht aus. Und weil die Leute wissen wollen, was ich mir davon kauf. Schmerztabletten, Michaelin, DHC, komm wir ziehen bis hin Schnee, ole, ole, ole. Ist aber nice. Zigaretten, Usain, LSD, zum Deal mit dem Portemonnaie. Von der Flucht in die Sucht. Das ist catchy as fuck, Alter. Von der Flucht in die Sucht. Von der Flucht in die Sucht. Junge, Alter. Hol dir jetzt den Flüchtlings-Sound auf dein Handy. Sende eine SMS mit Sucht 1 für Poli oder Sucht 2 für den Realtun an 91448. Warte mal. Ich bin mir gerade nicht sicher, ist das ernst gemeint? Oder ist das ein Joke hier? Ich weiß gar nicht genau, ob es ein Joke ist. Nee, das ist ein Joke. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob es nicht doch ein ernst gemeint ist. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich meine, Yalla Schwabo, ich weiß es nicht. Jetzt Yalla. Geld, Drucks, Frauen, Bier. Geld, Drucks, Frauen, Bier. In Deutschland sind Drogen so teuer. Wir wollen keinen Lohn, sondern Steuern. Die Shisha-Kohle fällt auf das Paket. Und ich lasse meinen Boden erneuern. Damn, man, was ist das gut? Ich lau durch die Gegend mit Hut. Um das von zu bessern. Denn wie jeder weiß, habe ich dieses Hero in Blut. Was willst du machen, du Papagei? MDMA, drin im Wassereis. Oh, Mann, Digga. Absolut verwirrt. Wir waren gestern bei ein paar weiblichen Twitch-Streamern unterwegs, okay? Und dann sind wir bei einer Streamerin gelandet. Ich werde jetzt nicht unbedingt ihren Namen sagen. Aber die hat ein Private Snapchat für Menschen, die seit drei Monaten zu Sub sind. Okay, und sie hat so Stuff. Also sie hat so Just Dance-Stuff gespielt hier. Okay. Und ihr seht da vielleicht schon die zwei Bizepse da bei Reetzmann in der Nachricht. Und, ja, jetzt seht ihr diese zwei Bizeps-Dinger da. Reetzmann, ja, wir gucken zu Zehnt, gucken wir ein paar Streams. Auf einmal ploppt er eine Nachricht auf. Mr. Unterstrich Reese has just subscribed oder irgendwie sowas. Freunde. Ja, oh, ich bin hier aus Versehen draufgekommen. Shut up, Alter. Shut up, Dog. Dominik meinte halt, dass er bei mir, also normalerweise, das habt ihr halt immer mit Twitch Prime bei mir rein. Und letzten Monat, also jetzt für diesen Monat, hat er quasi von einem Viewer, ich weiß leider nicht von wem, aber hat er einen Sub gegiftet bekommen, okay? Dementsprechend hat er seinen Twitch Prime Sub übrig gehabt. Okay. Und er meinte, dass er halt dann immer quasi irgendwie auf meinem Channel dann auf dieses Pop-Up gegangen ist mit dem Twitch Prime Ding. Und da immer so Just Wovon draufgeklickt hat. Natürlich. Das glauben wir dir natürlich, Reetzmann. Und dasselbe hat er aus Versehen auch bei dir, Frau, gemacht. Und da hat er aus Versehen gesubst. Das war mir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.